Wieder alles am durchsippen. Ich glaub, mit den Dingern kann ich mich wirklich heilen. Ich lass sie gerade mal. Solange wir jetzt nicht in irgendeiner Form lädiert sind. Lockdown-Vorgang eingeleitet. Für Details bitte Terminals prüfen. Oder einfach die Regierung fragen. Geht auch. IDN einloggen. Okay, können wir nicht, weil ich hab die IDN nicht. Noch nicht. Wahrscheinlich krieg ich die noch. Aber es scheint auch wo immer optionale Sachen in diesem Spiel zu geben. Weil wir ja auch mit dem guten Jesse oder nicht Jesse, diesen einen, unseren Kumpel da mal quatschen konnten. Keeps him clear. Online-Warning-Offline. Muss ich die hier vielleicht erst mal deaktivieren? Who's there? It's me! Jetzt hier runtergehe und zu ihm hin. Ist das dann gut? What the hell happened to you? Hallo? What are you? Are you blind? It's me. Carl. Carl Semkin. Wrangler. Hey, this sound familiar to you. I... No, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Okay. Are you human? Shit. Did my body give it away? I try hard save a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay, okay. I'm just gonna be... I'm not seeing it. I see a machine. A robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. It really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, promoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but lightly. Anyway, I was just dealing with some heat shields and that's my last clay memory. Also scheinbar ist er dann irgendwie in ihn reintransferiert worden, wahrscheinlich. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too on the way to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robots somehow? Your mind is pretty tightly wide to the helper, but, man. Pretty far-fetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Okay, also er scheint sich selbst als normalen Mensch zu sehen. If you see any others, just let him know where I am. Okay. Mehr können wir hier momentan nicht machen. Oh. I can't move. Please. I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Won't the mechanic make more sense? You're trying to be fucking funny. Give me a medic. But you're a robot. Really? The robots have legs, hands, a face. You're delusional. Okay. Calm down. I will... It's just a fucking help. Jetzt ist die Frage. Kann es vielleicht auch sein, dass wir wirklich illusionieren? Ich kann es mir zwar gerade nicht vorstellen, aber... Don't touch me. Please tell Amy. I need help. Okay, jetzt die Frage. Was müssen wir jetzt konkret machen, um ihnen zu helfen? Können wir hier eigentlich rein? Nee, scheint nicht so. Please. Find help. Ja, ist ja gut. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich muss hier erst nochmal ein bisschen auskundschaften, ehrlich gesagt. Ähm... Mal gucken, was wir hier noch so machen können. Ja, ich sage den anderen Bescheid. Aber hier ist leider keiner mehr. Also, die Tür ist zu. Da kann ich definitiv nichts machen. Vielleicht probiere ich sonst mal eine von den anderen Türen hier. Wo wir da hinkommen. Also, wir müssen ja eh nach oben. Also, von daher können wir ja eigentlich nichts falsch machen jetzt erstmal. Das sieht ja so ein bisschen aus, als wenn wir hier irgendwie rennen müssen, uns verstecken müssen, etc. Oh Gott, er ist tot. Er ist tot. Nee, er schläft nur. Carl Sampken. ID 0722. Okay. Er ist tot. Ich hoffe, dass wir nichts tun haben. Ich will nicht wieder zurückkommen. Alles ist aufgerüstet. Wir haben unsere Betten so viel wie möglich. So ist das alles? Es gibt genug Power für Pathos 2, bis zum nächsten Apokalypse. Wir sind bereit. Ich hoffe, dass wir nichts verletzt haben. Ich will nicht wieder zurückkommen. Relax, es ist vorbei. Wir gehen Theta. Vielleicht sollten wir noch mehr Blöcke verletzten. Ich glaube, dass die Helper noch nicht in diesem Ort gehen. Wir haben alles verletzten. Alles aus der Barriks-Komm-Center. Wenn irgendjemand hier wieder ihren Fuß setzt, werden sie einen riesigen Zeit umdrehen. Dann sehen wir, dass wir hier hoch müssen. Gucken wir mal eben hier vorne. Hier können wir auch rein. Workshop. Vertical System Fehler. Auch wieder mitinteragieren. Auch wieder mitinteragieren. Das ist das Vieh, was ihn angegriffen hat. Ist das möglich? Kann ich nichts mitnehmen, auf jeden Fall. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich ist das einfach nur dafür da gewesen. Nur zur Sicherheit. Okay. Jetzt gucken wir mal, wenn wir mit der ID hier was machen. Ob wir dann irgendwas anderes aktivieren können. Womit wir ihm helfen können. ID 0722. Richtig, ne? Eingelockt als Carl Simken. Okay. Lockdown. Den hatten wir aber vorhin schon. Häser Wolczek. Häser Wolczek. Heiser Wolczek. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Fahnen hängt. Wenn der Schalter abgelegt wird, ist es dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg, Carl. Senden. Okay. Könnte nicht gesendet werden. Ist halt ein Entwurf nur. Power Manager. Thermalkamera. NA, NA, NA. Aus. Oh, Moment. Wir haben vorhin... Sollten wir uns dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Fahnen hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es dann wahrscheinlich gewesen. Okay. Lager. Kommunikationszentrale. Personal. Hauptfaktor. Disponenten. Ingenieur. Außendienst. Techniker. Röding. Carl Semken. Okay, wir können jetzt ins Lager gehen. Schau ich erstmal da rein. Ich habe gedacht, dann weg erst jemand. Ich habe nur die Schuhe gesehen. Okay. Oh Gott. So, offensichtlich sollen wir diese Notiz hier nehmen. Das ist der Sinn dieses Raumes. Ansonsten ist hier nur Plunder und Gerümpel drin. Interessant. Was ist das? Interessant. Gut. Lesen wir das mal. Eine Kurzvorstellung des CCRV 7 Black Box. Diese Black Box ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an BAU gesendet. Der Aufsichtseinheit vom PATOS 2 damit Ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistungen folgen Sie bitte der Autoinjektion Anweisung. So stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Okay, aber was kann ich denn jetzt hier machen? Oder soll ich hier noch gar nicht hin? Ich lasse das erstmal. Und schalte dann mal den Power Manager des Stromflussreglers an. Okay, was ist jetzt passiert? Ähm, jetzt wird der Stromflussregler wieder an ist. Er ist halt immer noch da. Können wir jetzt vielleicht hier irgendwas machen? Aber wofür ist denn der Stromflussregler? Also nur um mal auf das Ding hier zu gucken. Wir sind jetzt gerade hier. Um in den Kommunikationsraum zu kommen, müssen wir diese Treppen hochgehen. Workshop Storage. Und wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir hier in den Changing Room. Exit to airlock. Aha. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier gar nicht hochkommen, sondern hier lang gehen müssen, damit wir irgendwie hier wieder reinkommen oder sowas. Restrooms. Flow Control. Power Channel. Achso. Wahrscheinlich können wir irgendwie da hinten jetzt lang, oder? Sollen wir mal kurz probieren. Ja. Hier können wir nämlich nichts machen. Beziehungsweise müssen... Wie ist das, wenn ich jetzt das Ding da oben aktiviere? Auch nochmal. Zu wenig Strom. Lösung gefunden. Schalten Sie eine hervorgerufen Sektion ab, um den Strom zur Kommunikationszentrale umzuleiten. Das haben wir an. Das haben wir an. Also entweder wir müssen das hier ausschalten oder das. Das ist aber böse gewesen, weil dann tut mir nämlich den guten weh. Also müssen wir mal da hinten was abschalten. Alles klar. Dann gehen wir dort mal gucken. Okay, diese Ölspur, die war vorher schon da, oder? Und das ist dann dieses Vieh gewesen, was wir dann vorhin schon gesehen haben. Das kam hier quasi raus. Hat ihn angegriffen und ist anschließend dann da lang gelaufen. Okay. Okay, jetzt kommen wir da rein. Das war glaube ich vorher auch noch rot gewesen. Riezis. Ja. Können wir machen. Ist hier sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht so. Was steht denn da? Bitte lesen. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen driftigen Grund dafür haben. Das habe ich. Das habe ich. Aus dem Totsch, muss sich Kaiser oder sie machen. Was. Was. Was ist das? Was. Was ist. Wer ist. Was. Ich bin. Ach nein, nicht er wieder. Ja gut, also wir haben unseren Krötivurst wieder hier. Ich glaube, der kommt sogar hier lang. Ja. Deswegen kann man sich hier hinter verstecken. Also lassen wir Krötivurst mal durch. Äh, kommt er jetzt? Krötivurst? Wo möchtest du denn hin, Krötivurst? Okay, Krötivurst geht jetzt da lang. Aber da ist... Da ist doch nichts. Krötivurst? Krötivurst scheint da reingegangen zu sein. Geht nochmal eben hier zu unserem Kumpel hier hin. Gucken, ob der irgendwie was Neues sagen kann. Gut, da bist du jetzt put. Okay, ich glaube, der ist tot. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt hier auch nochmal den Schalter deaktiviere? Gut, ich meine, passiert erstmal nicht viel. Lass es mal. Er ist eh tot, also von daher... Ich weiß nicht, hätte ich ihn denn retten können? Was ist denn hier so am Flugen? Was ist denn hier so am Flugen? Kann ich jetzt nochmal irgendwie hier was mit dem Moped machen? Böse, du hast ihm nicht geholfen. Ja, aber hätte ich ihn denn helfen können? Hätte ich ihn hier vielleicht irgendwie mithelfen können? Die Kulti kommen gerade wieder. Die ganze Zeit nur am Schimpfwörter rufen. Jetzt geht es hier rum, naja. Ich kommuniziere mit dir. Genau, geh mal wieder da rein, Kulti. Geh mal wieder auf dein Zimmer. Stinger sind immer nur so, Sack, Sack. Ja, fein. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, ne? So, hier ist kaputt. Hier ist er. Hier ist aber keiner mehr, oder? Wollen wir mal reingucken, was hier ist. Oh. Wie es aussieht, ist hier sowieso nicht mehr viel. Also wir haben hier eigentlich nichts verpasst. Gut. Ne, ich habe nochmal gefragt, hätten wir ihm helfen können? Weil ich habe doch echt alles probiert. Warum haben wir überhaupt das Ding hier abgemacht? Wir lassen die Sachen mal so laufen. Gut. Dann gehen wir mal oben wieder zu Kulti hin. Wo, der gerade steckt. Luke hat hier einen sehr schweren Gang, sodass man ihn schnell erkennen kann. Wo, der gerade steckt. Ja, ihr habt mich gesehen Ja gut, dann kommen wir mit runter Hier unten haben wir ja auch noch eine große Spielwiese Ja, kommst du? Sag mal, du gehst nicht wieder zurück, oder? Ach nee, da kommt er ja Ja, komm her Ja, komm bei Fuß Komm, Kröti Komm her, Kröti Komm her, Kröti Komm Ich verstehe auch nicht, was mir das System alles so anschalten muss Ja, ist ja aber letztendlich egal Oh Ich glaube, wenn er uns erstmal richtig sieht, dann ist er ein bisschen schneller, oder? Uh, der hat aber gerade ganz schön Zahn zugelegt, der Gute Also ich komme jetzt hier wieder hoch Krass, der kann ja rennen Ja, habe ich mir auch gerade gedacht Ich möchte mich aber hier nochmal kurz umgucken Hier waren wir noch gar nicht Notiz Täter Turnaround Sofort umkehren Sofort umkehren Wir haben Y versiegelt Um weiter Um den weiteren Betrieb zu gewährleisten Vermassel es nicht A Asaro Karl war nicht mein Fehler ID 0735 Amy A Asaro Okay 0735 Kann man damit auch nochmal was ausprobieren? Kannst du die Klappe nicht wieder zumachen? Ne, leider nicht Der hat die, glaube ich, kaputt gemacht Deswegen ist er ja noch umgekommen Der hat die, glaube ich, kaputt gemacht Okay, er ist scheinbar direkt hier, geht das wieder Okay, jetzt wissen wir auch, wofür dieser Bereich hier ist, nämlich um sich zu verstecken Also Kröti, der kann auch wohl, wenn er möchte anders Ich habe gesehen, dass da eine Gittertür war, ja Solange ich es gesehen habe, ist alles gut Wo sind der jetzt? Wird er nicht wieder hier hinkommen? Och nein Nein Wir sind nur wieder raus Okay Awesome Die scheinen gerade wieder ruhiger zu sein Ich habe übrigens dein Stimmungskommand eingebaut, lieber Flauzi Die du dir so gewünscht hast Ja, Prost Okay, so Dann kommen wir hier wieder nach vorne Kröti scheinen dann hier wieder irgendwo rum zu geistern Was hat er nicht? Wo ist ein Kröti gerade? Ach, da ist Kröti Ja, warum, warum nicht? Ich habe ja, ich sage ja immer wieder Also ich baue gerne Commands ein Wenn man sich was wünscht Aber, äh Der Wunsch muss von euch kommen Oh, du singst aber sehr schön, Kröti Wusste nicht, dass das geht Natürlich geht das Klar Hey, Wintergut läuft eine Katze vorbei Ich kann nur von Kippmann kommen Was? So, Kröti Gehst du jetzt schon wieder zurück Oder bleibst du da? Ah gut, der dreht schon um Ich hoffe, der sieht mich hier nicht Okay, er hat uns gesehen Hä? Wie, jetzt sind wir lädiert Aber leben immer noch Also wir haben zwei Leben Oder wie? Okay, das ist jetzt aber sehr merkwürdig Ich hole mir mal eben das erste Hilfe-Ding von da hinten So können wir echt nicht viel machen Also jetzt hast du mal gesehen, wie es ist, wenn wir erwischt werden Also sehr unspektakulär, wie man sieht So, hier Wie? Warum kann ich das nicht mehr benutzen? Wie doof ist das denn? Okay, dann Ich hoffe, ich kann den wenigstens an der Ähm Bei der Konsole noch verwenden Mal gucken, wo ist das Kröti? Und diesmal gehen wir raus Wenn er hier lang gelaufen ist Was ich aber Wenn ich ja gerade kann, kann ich ja gerade Hahaha Please go Oh, das ist echt Als wenn wir betrunken wären Gerade So, hier aber kann ich doch noch Dann tatschen wir das einmal an Um uns damit zu heilen Oh Huh Oh 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 ativa Untertitelung des ZDF, 2020